Hallo und herzlich willkommen hier auf Xbox Dinos, ich bin der Muffel, heute mit Gameplay aus Crash Bandicoot 3. Das Ganze gespielt auf der Xbox One X und für euch natürlich im 4K aufgezeichnet. Viel Spaß dabei! Endlich frei! Uka-Uka ist frei? Nein, das darf nicht wahr sein. Großes Unheil kommt auf uns zu. Niemand wagt es, den großen Uka-Uka einmal zu enttäuschen. Aber du, Cortex, du hast mich zweimal enttäuscht. Großer Uka-Uka, es war dieser verflixte Beutel der Axt. Tief aus meinem Tömpelgefängnis heraus habe ich dir einfache Anweisungen geschickt. Doch du hast die Edelsteine verloren, du hast die Kristalle verloren und ich, ich habe die Geduld verloren. Es gibt keine andere Energiequelle auf diesem Planeten. Ich weiß, wir hatten ein paar bedauernswerte Rückschläge. Du hast versagt. Aber weil deine Stüpperei mich freigesetzt hat, fühle ich mich großzügig. Es gibt noch eine Möglichkeit, die nötige Macht für die Versklavung dieses Planeten zu bekommen. Und dieses Mal, dieses Mal sorgt der große Uka-Uka dafür, dass du es richtig machst. Nach Äonen wurde mein böser Zwilling Uka-Uka aus seinem unterirdischen Gefängnis befreit. Ich habe ihn dort vor langer Zeit eingesperrt, um die Welt vor seiner Bosheit zu beschützen. Jetzt ist er wieder frei und er muss aufgehalten werden. Kinder, Uka-Uka und Cortex wollen die Zeitstrudelmaschine benutzen, um Kristalle zu sammeln, die in der Zeit verstreut sind. Ich habe euch hergeholt, um die Kristalle zu bergen, bevor ihnen das gelingt. Das Zeitportal öffnet sich, wenn ihr euch auf einen Schalter stellt und von dort ins Portal springt. Viel Glück! Krash, Krash, Krash. Wieso mischst du dich immer ein? Oh, sieh mal, ich habe auch eine Maske. Bald werden wir ja sehen, welche von ihnen mächtiger ist. Zwei-Zwei-Zwei-Zwei-Zwei-Zwei-Zwei-Zwei-Zwei-Zwei-Zwei-Zwei-Zwei-Zwei-Zwei-Zwei-Zwei-Zwei-Zwei. Jäkken, du hast du den Start! Oh, es ist das da. Okay. Ich bin der Weg, ich bin der Weg. Das war's für heute. 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 Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.